Hallo und herzlich Willkommen zurück zu... Foundry. Die Frage, reicht das Ding hier? Gase wird aufgelöst, ja. Okay, dann schließe ich jetzt mal. Ich hab die mal offline gebaut. Schließe ich die jetzt mal da an. Ähm, nee. Die hier. Die produzieren aber nicht, wenn kein Abgas dran ist, ne? Ich hoffe, die eine Abgasfackel reicht. Und die produzieren natürlich nicht, wenn sie hier hinten nichts bekommen. Jawohl, klar. Ich glaube, demnächst ist unser Ulo mit, dann aber auch alle. Läuft da jetzt was? Klappt da was? Ja, guck an. Oh. So. Die letzten beiden noch nicht. Weil... Das hier nicht reicht? Muss wohl so sein. Dann baue ich halt noch so ein Ding. Hab ich noch eins? Nee. Distillationskolonne. So. Oder ist hier hinten doch alles angeschlossen? Komisch. Nein, den. Zwei. Kupplung. Eine dahin. Eine dahin. Die hab ich vergessen. Eine dahin. So. Nee. So. Immer noch nicht. Ähm. Ja. Sehe ich das vielleicht hier an den Abgasen? 50 Liter die Minute. Wie viel Abgase machen die? Na super. Die machen ja gar nichts. Ulo mit ist leer. Wat? Also ist Ulo mit leer. Null. 0,8 Liter. Bitte? Bitte? Wird der noch gepumpt? Nö. Warum wird der nicht mehr gepumpt? Kein Strom? Aha. Ich hab schon wieder was zerstört. Aber wo? Ja gut. Wo nur Strom geht? Natürlich nix. Ähm. Warte. Warte. Liegt das hier dran? Wenn ich hier ein Kabel zerstört hab, was von hier oben da runter geht. Ja. Genau das ist es. Das Kabel hatte ich kaputt gemacht. Man müsste ja hier sehen können, ob's, ob die Pumpen dran sind, ne? Hm. Wir Tiefenpumpen, ja. Okay. Wo laufen sie jetzt alle da hinten? Öl müsste ja jetzt kommen. Ne, hier läuft gar nix. Dauert das? Hm. Ne, da ist nix drin. Warte. 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 Na gut, hier kommt Öl hin, ne? Und hier. Ja, wird langsam voll. Das funktioniert. Ne, funktioniert's nicht. Ah, jetzt kommt's da auch an, oder? Ja. Ja. Boah. Ja, noch stoppt hier nix. Aber laufen ja erst zwei von den Dingern. Nummer drei lädt sich jetzt langsam auf. Okay. Hat sich aufgeladen. Ne, noch nicht. Boah, ey. Hier? Ich guck am besten hinten. Hier ist nix. Aber Öl ist doch verbunden. Verbunden ist es. Mann, Mann, Mann. Zieh raus. Nix. Hier? Ja. Kommt langsam. Wie kann denn so ein Rohr? Wäre mal echt witzig zu wissen. 7,91. 8,41. Sind hier drin. 56. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Zwei laufen. Ja, das ist natürlich... Was ist denn hier aus? Ja, wie habe ich das denn hier angeschlossen? Muss ich jetzt aber gucken. Wollte heute eigentlich was anderes machen. Hier, Troubleshooting. Ah ja, das geht zuerst da hinein und geht dann raus. Aber eigentlich... Müsste das doch alles? Es wird doch mehr. Hier sind 300 drin. Der braucht immer 300, ne? Okay, der läuft auf 100%. Der läuft jetzt auch auf 100%. 100%, okay. Der nicht. Der braucht 1500 Rohöl die Minute. Aha. Da haben wir doch wahrscheinlich schon das Problem. 1500 Rohöl die Minute. Und ich habe 8 dran. Und 12.000 Rohöl die Minute. Die fördere ich doch nie im Leben hier oben. Was fördert denn einer? Äh... Boah, nix. Der hier? Da steht halt nix dabei. 0,001. Die fördern gar nix. Oder wie sehe ich das? Muss ich die versetzen? Warte mal. Der bohrt doch da rein. Ja, gut ja. Der bohrt da rein. Er hier. Bohrt da. Der bohrt hier. Aber wieso kommt da nix raus? Verstehe ich nicht. Hier stand mal Lager voll. Gut, Lager ist jetzt halt nicht voll, ne? Muss ich noch so ein Ding bauen? Äh, warte. Wo ist das? Hm, Tiefenpumpe. Ja, bauen wir noch eine. Wo ist sie hin? Wo steht die Tiefenpumpe? Tiefenpumpe, 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 Tiefenpumpe. Da. Mittig geht nicht. Hier will noch eine hingehen. Okay. So. 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 Oder? Nee, ich muss noch raus. So. So. Und jetzt. Und der. Eine Netzspannung. Ach so. Okay, alles klar. Tja. Tja. Dieses Rohöl-Problem, ey. Will ein Bild machen. Man. Noch einen kriegt er nicht hin, ne? In die Mitte ging nicht. Na, wir gehen halt nochmal runter. Vielleicht nur eine Frage der Zeit. Vielleicht. So. Hier sind jetzt drei am Arbeiten. Aber ich glaube, der läuft jetzt auch durch. Ja, prima. Der hier? Noch nicht. Der geht ab und zu noch aus. Oh, Mann. Obwohl hier drin ist, ne? 500 Liter. Ach, der denn zuerst hier voll? Ähm. Das ist ja... Das können wir ja ändern. Warte. Hm. Oh, mein Ding. So. ich habe keine rohre mehr nicht zu fassen und ich reichen die nummer ja Jetzt müsste das Rohöl direkt ohne über den Tank zu gehen an die Maschinen gehen. Oder verbrauche ich zu viel. Ne, guck an. Ne, da kommt zu wenig. Da kommt echt zu wenig. Aber er läuft hier, ne? Er braucht immer so um die 100. Ne, doch 100 braucht er. Was macht denn so... Warte. Tiefenpumpe. Wo ist er? Oder hier irgendwo. An Ofen. Ne, ne, ne. Tiefenpumpe. Wo ist er denn hin? Tiefenpumpe, Tiefenpumpe, Tiefenpumpe. Man, die kann man doch nicht übersehen. Tiefenpumpe. Ausgangsleistung 1.800 Liter die Minute. Okay, also. Braucht 1.500. Also 1, 2, 3. Hier. 5 habe ich jetzt dran, ne? Ich brauche noch 3. Ich brauche noch 3 Pumpen. Da kriege ich ja niemals hin. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ich bin jetzt wieder blind. Da. Äh. Stahlträger und Rohre. Ja. Alles klar. Das kann nicht funktionieren. Aber da oben kriege ich nichts mehr hin. Wo haben wir denn noch Ollom mit in der Nähe? Da. Oh Mann. Ist nichts näher dran. Ne. Öh. 119? Das ist ja ganz weit unten. 161 würde gehen. Ja, dann gehen wir da hin. Aber ich muss erst Stahlträger holen. Ja, was habe ich denn hier alles mit? So. Geil. So. Sortieren. Das kann alles im Müll. Okay. Wir machen ein paar Tiefenpumpen. Und zwar, wie viel waren es? 8. Ich kriege da niemals hin. 5. Ah, 5. Ich möchte hier oben auch. Mach mal so. Nimm nochmal Stahl raus. So. Okay. Ollom mit. Wegpunkt erstellen. Da. So. Jetzt fliege ich noch da hin. Und dann. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Die macht 1500. Warum steht das dann nicht dran? Ist doch schon super weit weg hier. Und da brauche ich ja noch Strom. Boah. Boah. Stimmt ja. Wie viel Strom verbrauchen die? Hm. Typ Stromverbraucher. 200 Kilowatt. Und was macht hier das Ding? 650 Kilowatt. Hm. Also ich habe 5 Stück, sind 1000 Kilowatt. Wenn ich 3 von denen baue und vielleicht noch 1 oder 2 Batterien dahin, dann sollte das doch gehen. Ah, hier ist es doch schon. Wie überhaupt noch... Ne, ich habe... Ich habe 2 Fundamente mit. Sehr, sehr gut. Nicht zu fassen. Vorbereitet wie der Weltmeister. Bring jetzt die Dinger hin. Der kleinere 1, den brauche ich nicht. Da. Die gerne auf einer Höhe. So. 1. Ja, von wegen auf einer Höhe. 2. 3. 4. 5. Okay. Das bauen wir dann morgen fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Gehabt euch gut und... Tschüss. Abshalb. 4. 5. 7. Vielen Dank.